Das Thema heute ist das südafrikanische Bergbauunternehmen Siebenius Dillwater. Das gucken wir uns heute mal fundamental und charttechnisch an. Heute gucken wir uns mal etwas die Cashflow-Berechnung an und werden da feststellen, dass es da so ein bisschen seltsam aussieht bei dem Unternehmen. Damit herzlich willkommen erstmal zu einer neuen Ausgabe. Hallo! So, was sind denn die Ziele der Analyse? Wird immer, wie immer, etwas Wirtschaftswissen aufgebaut. Heute, wie gesagt, geht es etwas eingehend um die Cashflow-Berechnung. Dann ein allgemeines Unternehmensverständnis zu entwickeln und letztendlich eine eventuelle Investmententscheidung zu untermauern. So, jetzt schauen wir uns erstmal die Geschäftsfelder an. Das ist immer der erste Schritt. Was macht das Unternehmen? Das wird als erstes festgestellt und dann guckt man sich die Märkte an, in denen dieses Unternehmen tätig ist. So, wir stellen also fest, dieses Unternehmen Sybenius Dillwater ist überwiegend tätig in den Platin Group Metallen, PGM. PGM, Platin Group Metalle oder Platin Metalle. Da gibt es ja acht oder neun Stück in dieser Gruppe. Platin, Palladium, Rhodium und so weiter. Habe ich auch schon mal einen eigenen Film drüber gemacht. So, dann haben wir noch etwa 22% circa Gold und dann noch einen großen Recycling-Anteil. Umsatz 2022 138 Milliarden ZAR. Das sind südafrikanische Rand. ZAR, die Abkürzung, die gucken wir uns nachher auch gleich nochmal an. So, jetzt schauen wir uns mal die Top Platin-Metall-Miner mal an der Welt. Da haben wir an erster Stelle ist Anglo-American, dann haben wir an zweiter Stelle Impala und an dritter Stelle kommt schon Sybenia. Stillwater an dritter Stelle und dann folgen hier noch Lonmin, Nornickel, Northam Bayfow, Royal Bayfow, ja, die kenne ich alle nicht. Vale kenne ich wieder und an letzter Stelle hier von diesen zehn Glencore. Das sind jetzt hier die Platin-Metall-Miner und dann die Top-Gold-Miner, müssen wir uns ja auch noch angucken. Ja, wir hatten ja hier Platin und Gold als Hauptumsatzbringer. Dann die Goldminer, das ist noch Newment, Barrick, Newcrest, Agnico, Anglo Gold, Fresnillo und dann kommt hier Sybenia. Danach kommt dann noch Royal Gold und King, Kinross. So, jetzt haben wir also festgestellt, wir gucken uns mal die Märkte Platin-Metalle und Gold mal etwas näher an. Fundamental. So, wie sieht es aus? Hier links die Entwicklung oder die Förderung von den Platin-Metallen in den letzten 50 Jahren plus 300 Prozent. Also, das sieht sehr, sehr gut aus. Okay, die letzte Zeit wurde das hier ein bisschen hier, flacht sich die Kurve hier ab. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das hier auf jeden Fall positiv weitergehen wird bei den Platin-Metallen. Ich glaube, da spricht einiges dafür. Beim Gold, das Gold, die Goldförderung hat sich entwickelt die letzten 50 Jahre um 100 Prozent. Und die Weltbevölkerung im Vergleich dazu hat sich entwickelt um 84 Prozent. Also, Weltbevölkerung plus 84, Platin-Metalle plus 300, Gold plus 100. Sodass man sagen kann, fundamental sehen die Märkte, auf denen hier das Unternehmen Sybenia tätig ist, sehr, sehr gut aus. Also, hier ein grünes Licht. So, jetzt gucken wir uns mal Sybenia-Stillwater fundamental an. Da macht man zuerst mal ein Factsheet. Schreibt man alles Wichtige mal zusammen auf ein Blatt. Ein Factsheet. So, jetzt haben wir hier auch, weil die meisten Angaben hier zu Sybenia hier in ZAR sind, in südafrikanischen Rand. ZAR heißt Zuit Afrikanische Republik. Ja, das ist, glaube ich, jetzt holländisch oder burrisch. Oder beides. Ich glaube, das ist holländisch. Zuit Afrikanische Republik. So, und 20 ZAR sind dann circa 1 Euro. So, dieses Unternehmen Sybenia, das sitzt, ist also ein Top-Platin- und Goldminer, sitzt in West-Tonaria in der südafrikanischen Republik, Republic of South Africa, RSA. Wurde gegründet 2012. Geschäftsfelder Platin, Gold und Recycling, haben wir schon gesagt. Mitarbeiter circa 53.000. Umsatz 2022. 138 Milliarden ZAR. Nettoergebnis 18 Milliarden ZAR. Er gibt eine Umsatz-Vendite von 13%. So, der Sitz ist also hier südwestlich von Johannesburg. Da habe ich auch mal, war ich auch mal gewesen, habe da gearbeitet. Ist jetzt nicht so wahnsinnig schön da. Das Einzige, was es so an Sehenswürdigkeit gibt, das sieht so ein bisschen aus wie das Museum of Modern Art. Hier in New York oder auch in Bilbao, glaube ich, gibt es auch eins. Das ist vielleicht so ein Abklatsch davon, weiß ich jetzt nicht. Ansonsten ist es, glaube ich, keine allzu hübsche Stadt hier. Okay. Ist auch nicht so wichtig. Hauptsache, es macht hier gute Geschäfte. So, die Aktionäre. Habe ich mal hier mal rein kopiert. Sehen wir hier auf jeden Fall mit knapp 4% ist Vanguard mit dabei. Black Rock sehe ich jetzt hier nicht. Komischerweise ist hier Black Rock jetzt hier nicht mit von der Partie. Okay, das werde ich vielleicht noch mal näher analysieren. Habe ich jetzt nicht analysiert. Ist jetzt, glaube ich, auch nicht so wichtig. So, jetzt kann man sich noch den Unternehmensbesitz an. Also, welche Unternehmen besitzt denn hier noch Saibenye? Und da gehört zum Beispiel dazu DRD Gold Limited. Das ist unter anderem ein Rückgewinnungsspezialist. Ist auch in Gold tätig und auch in der Rückgewinnung von edlen Metallen. Da ist eben ein Anteil von 50% gehört da Saibenye. So, hier Saibenye, das hat hier ein schönes, ein schickes Portfolio an hier grünen Metallen, an sogenannten grünen Metallen aufzuweisen. Lithium, Nickel, Kobalt, Kupfer, Mangan. Ne, Magnesium ist das. Dann haben wir Gold und Uran. Palladium, das sind dann hier die Platin-Metalle, Platin-Group-Metalle. Ja, Rodium ist dabei und noch ein paar andere. Gibt es ja insgesamt acht oder neun Stück. Und das sind jetzt also sozusagen Metalle für die zukünftige grüne Energie. Und da ist eben Saibenye hier voll mit dabei. Dann schauen wir uns mal die Standorte kurz an. Das sehen wir die Standorte. Das ist jetzt hier Nordamerika und Kanada und hier Südamerika. Und hier überall sitzt also jetzt hier Saibenye. hat hier, das sind hier Platin-Group-Operations in der USA. Das ist jetzt hier die Stillwater-Mine, die Stillwater-Mine. Lithium-Exploration, das ist die Rhyolite-Ridge-Project. Das ist also hier im Westen von Amerika. Dann haben wir hier noch Platin-Metall-Recycling. Das ist hier Columbus-Met-Komplex. Das ist hier ein ziemlicher Komplex in Amerika. Und dann haben wir hier in Kanada noch das Marathon-Project. Das hat auch mit Platin-Group-Metallen zu tun. Und dann letztendlich hier in Argentinien das Alta-Project und das Rio Grande-Project. Die haben beide was mit Kupfer zu tun. So, und dann haben wir noch Aktivitäten hier in natürlich Südafrika und in Zimbabwe. Und dann noch in Europa, in Finnland und hier in Frankreich. So, das lese ich jetzt nicht mehr alles vor. Also wer sich das näher angucken will, bitte einfach mal den Film stoppen und sich das dann einfach mal in Ruhe angucken. Wir sehen auf jeden Fall hier starke Aktivitäten in Südafrika und in Zimbabwe. Was Gold angeht, was Platin angeht. In Europa haben wir jetzt hier noch Nickel und Lithium in Finnland. Nickel in Frankreich. In Australien haben wir hier Zink-Aktivitäten. Und ansonsten haben wir hier noch Uran in Südafrika, Uran-Aktivitäten und natürlich auch Platin-Aktivitäten in Südafrika. So, dann schauen wir uns mal ganz kurz an Umsatz und EBITDA. Wir sehen hier eine ganz krasse Umsatzentwicklung von 51 in 2018 auf 172. Also mal locker eine Überverdreifachung. Und dann zwischen 21 und 22 hier wieder ein Rückgang auf ein relativ normales Niveau. Hier die EBITDA-Kurve, Umsatz before interest, also Umsatz minus operative Kosten ist das, folgt einigermaßen parallel diesen Umsätzen hier. Also keine Auffälligkeiten. Hier alles in trockenen Tüchern. Sieht alles relativ gut aus. Gut, dieser Rückgang, der ist jetzt natürlich nicht ganz so schön, aber wir haben ja hier auch eine sehr, sehr starke aufsteigende Kurve gehabt bei den Umsätzen. Das Nettoergebnis, da gibt es jetzt hier auch keine größeren Überraschungen. Das sieht auch alles sehr gut aus. Kann man dann sagen, also es war 18, 19, aber hat es jetzt hier nicht ganz so rosig ausgesehen. Da wurden dann auch keine Dividenden ausgezahlt. Das sehen wir uns auch gleich nochmal an. Aber seitdem hier eine sehr gute Entwicklung, seit 2020. Auf jeden Fall. So, die Bilanz sieht auch sehr gut aus. Starkes Eigenkapital, Eigenkapital plus langfristiges Fremdkapital ist locker, locker, locker über dem Anlagevermögen. Also hier absolut ein grüner Haken bei der Bilanz. Sieht sehr gesund aus. Und jetzt kommen wir zur Cash-Entwicklung. Und die sieht gar nicht mal so toll aus, würde ich sagen. Also da habe ich erst mal etwas gestutzt. Was ist denn hier los? Ich habe das hier alles fein selberlich abgeschrieben aus dem Annual Report. Das ist dieses Blatt, kann sich jeder angucken. Genauso steht es hier drin. Cash per 31.12.2021 in Milliarden ZAR 0,016. Also das ist fast gar nichts, ja. Und am Ende unverändert, ja. Am 31.12.2022 unverändert. Cashflow aus den Operationen, also aus den Minen, minus 9,2 Milliarden ZAR. Das ist eigentlich unglaublich. Investments minus 6,5. Das ist einigermaßen normal. Und Finanzierung plus 15,7. Das ist auch äußerst seltsam, diese Zahlen, ja. Ich habe hier überall mal ein Fragezeichen dahinter gemacht. Dann kann man sich mal angucken, wie es zum Beispiel bei Anglo-American aussieht. Ja, so sieht das normalerweise aus. Wir haben also normalerweise hier ein starkes Cash-Polster. Aus den Operationen gibt es normalerweise immer einen positiven Cashflow. Aus den Investments, da fließt der Geld rein in neue Investments. Das ist normalerweise ein negativer Cashflow. Und Finanzierung haben wir normalerweise auch einen, per Saldo, einen negativen Cashflow. Im Normalfall. Ja, und das sieht eben hier komplett anders aus. Hier haben wir einen negativen Cashflow aus den Operationen und einen positiven aus der Finanzierung. Kann man sich zum Beispiel mal Glencore angucken. Bei Glencore ist es genauso, ja. Positiver Cashflow aus den Operationen, das ist ja auch völlig klar. Ja, sonst würde ja so ein Unternehmen gar nicht funktionieren, wenn da kein positiver Cashflow aus den Operationen kommen würde. Finanzierung negativer Cashflow, ja. Und hier Investments auch negativer. Also, ich habe da mal dann nachgelesen. Ich habe nachrecherchiert. Das ist wohl irgendwie mit irgendwelchen Dividendenausschüttungen, hängt das zusammen. Wie das jetzt ganz genau funktioniert, das habe ich jetzt nicht mehr durchrecherchiert. Ich habe allerdings gelesen, ja, in mehreren Artikeln, dass hier alles in trockenen Tüchern ist. Ich werde mir das nochmal genauer angucken, wenn ich mal ein bisschen mehr Zeit habe. Ja, ich habe zur Zeit nicht so wahnsinnig viel Zeit dafür. Deswegen habe ich das nicht mal näher untersucht. Aber ich sage mal, wenn hier irgendwas falsch laufen würde, dann würde man das spätestens an der Börse schon sehen, ja. Börse, das ist ja hier immer so die Schwarmintelligenz, ja, die wird da tätig. Und wenn da irgendwas nicht passt, dann merkt man das sofort an der Börse natürlich. Natürlich. Also, auch dafür ist die Börse gut, ja. So, ich sage mal, wir geben mal hier einen grünen Haken, ja, obwohl das hier doch ziemlich seltsam aussieht, aber das sind vielleicht auch Eigenarten eines südafrikanischen Unternehmens. Vielleicht hat das mit der dortigen Rechnungslegung irgendwie zu tun, keine Ahnung. Wie gesagt, ich schaue mir das nochmal an. Insgesamt würde ich sagen, geben wir mal dem Unternehmen Sibenye mal ein grün-gelbes Licht, fundamental. Gelb deswegen, weil hier der Umsatz so ein bisschen zurückgegangen ist, ja. Aber hier, wie gesagt, ein sehr starker Anstieg. Also, könnte man auch ein grünes geben. Ich gebe jetzt mal grün-gelb, bin ein bisschen vorsichtig. Jetzt gucken wir uns das Unternehmen noch charttechnisch an. So, die letzten zehn Jahre hat das gemacht, plus 100%. Man sieht hier typische Schwankungen einer Rohstoffaktie rauf und runter. Langfristige Strategie könnte man folgende machen. Ja, man könnte jetzt vielleicht warten, bis es noch auf eins zurückgeht. Also, ein Drittel könnte man jetzt sofort investieren. Dann die restlichen zwei Drittel, falls es nochmal runtergeht. Dann in sinkende Kurse einkaufen, also Strategie verbilligen. Oder über der 2,40, wenn es dann wieder ansteigt, über der 2,40 in einen sich aufbauenden Trend einsteigen. Ja, das wäre dann die Trendfolgestrategie. Ja, das wären die beiden langfristigen Strategien. Wenn wir uns jetzt mal die fünf Jahre angucken, plus 190% hat die Aktie gemacht. Umsatz war plus 170% und Nettogewinn können wir jetzt über die Zeit nicht angeben, weil der hier im Jahr 2018 negativ war. Aus dem Negativen heraus kann man jetzt keine Steigerung berechnen. Aber man sieht hier auch spätestens dann ab 2019 hier eine krasse Steigerung. Ja, also insgesamt von minus 2 bis plus 18, also heftige Zunahme des Nettoergebnisses. Und das sehen wir hier auch einigermaßen hier an der Börse abgebildet, zumindest hier bis zum Jahr 2022. Und hier sehen wir dann eben auch diesen Abfall, den man hier auch im Umsatz sieht und hier auch in den Nettoergebnissen. Also das wird hier einigermaßen von der Börse gut abgebildet, der dieser Rückgang hier vielleicht von der Börse ein bisschen überbewertet. Ja, der ist ja nicht ganz so krass hier, aber hier von der Börse wird das hier ein bisschen schlecht bewertet. So, jetzt schauen wir uns mal das im Vergleich zum Platin und Gold an. Also hier Sibenye plus 190 Prozent, die letzten fünf Jahre genau, Platin plus 7 Prozent, Gold plus 54. Also das Unternehmen entwickelt sich deutlich besser als die beiden Hauptumsatzbringer. So, was her könnt ihr mal eine mittelfristig für eine Strategie fahren? Also würde ich auch sagen, entweder man wartet ab, bis hier die 1 kommt und dann einsteigen mit einem Stopp-Loss bei dann der 0,75. Bei einer mittelfristigen Strategie gibt man dann Stopp-Loss mit an. Oder aber man steigt hier in steigende Kurse ein über der 2,40 mit Stopp-Loss dann bei 1,7. Das wäre eine Idee, kann aber keine Empfehlung von mir sein. Ich darf gar keine Anlageempfehlungen geben. Ich würde das persönlich wahrscheinlich so machen. Jetzt schauen wir uns mal die Dividenden an. Hier sehen wir mal einen Dividenden-Vergleich aus 2021. Ja, da sehen wir mal, hier Sibenye 10 Prozent ausgeschüttet. Barrick war mit 3,5 dabei, Newman mit 3,2, Newcrest 3, Goldfields 2,8, Anglo Gold 2,6, Harmony 2,4. Ja, also einsame Spitze bei der Dividendenauszahlung. Hier Sibenye auf jeden Fall hat also seit 2020 immer so ausgeschüttet zwischen 6 und 10 Prozent. Das kommt natürlich dann immer auf den Aktienkurs an. Aber hier so ungefähr in der Spanne, das ist also sehr, sehr gut. Und vor 2020 wurde hier nichts ausgezahlt an Dividende. Das sieht man hier, ja, 2019, 2018, hier keine Dividendenauszahlungen zu beobachten gewesen. So, ich würde sagen, charttechnisch, das Unternehmen gibt mal ein gelbes Licht. Ja, es sieht gar nicht mal langfristig, gar nicht mal so schlecht aus hier. Allerdings, die letzte Zeit war es eben ein bisschen schwächer. Und deswegen auch hier ein gelbes Licht. So, das soll es dann für heute gewesen sein. Tschüss, ciao und servus. Goodbye.